Was ist eigentlich Snapchat? Snapchat ist ein auf Fotos basierendes soziales Netzwerk. Doch warum sollte ich bei allen vorhandenen Netzwerken gerade dieses Netzwerk nutzen? Achtung, Ironie! Das Alleinstellungsmerkmal von Snapchat ist die Sicherheit. Denn hier kann der Urheber mit seinem Handy selbst einstellen, wie viele Sekunden das Bild angeschaut werden kann. Dadurch braucht man sich natürlich auch keine Sorgen, um die Bildrechte dritter zu machen. Im Realfall sieht das dann so aus. Tom ist gerade auf einer total irren Party. Alle sind am Ausrasten und reißen sich die Klamotten vom Körper. Das möchte Tom natürlich seinem besten Freund Philipp zeigen und das ohne Ärger zu bekommen. Deshalb ist Tom schlau und nutzt Snapchat. Er macht einfach ein Foto, klick, schickt es an Philipp. Der hat drei Sekunden Zeit, sich das Ganze anzugucken. Drei, zwei, eins und schon ist das Bild wieder gelöscht. Und niemand kann sich beschweren. Denn seit es Snapchat gibt, hat das Internet gelernt zu vergessen. Heute nimern bei zumindest bei observ 있어요. Drei, zwei, eins und schon weiter. Drei, drei, zwei, eins und schon seitdem, innerhalb von Somebodyvalentisch Spont Connecticut. Da ist dann genau das, was sie zu sagen. Auf einmal Jesus Excel, was ergeben. Und jeder hat nochmeter, wenn man ohitenundos. Aber andere wird Sie sicher gemacht. Einer, Frau, auf einmal Mission sterilität. Drei Menschenlzeit das Ahmedasına,